have fun hier ist euer aborabend zurück in assassin's creed valhalla ihr habt ja schon lange zeit hier nichts mehr von mir gesehen ich habe aber tatsächlich viele viele missionen und die dlc ist schon abgearbeitet und damit jetzt nicht ganz so lange warten müsst bis neuer content komplett kommt fange ich jetzt wieder an jede woche einfach mal ein paar kleine ausschnitte für euch zu zeigen und ich starte hier mit in dem ich einen alten quest noch vom hauptspiel erledige und ich töte ich hier einen dränger viel spaß her 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 Was ist das? Was ist das? Nein, nein! Nein, nein! Ist das gut. Mein Blut gefriert. Das war's für heute. Das war's für heute. Er ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lothbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur sechs von uns sind übrig, seine treuesten Drängier. Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer. Sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Ich... Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lothbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar, für Ruhm und für alle, der... Hier erhebe ich meine Klinge. Deine Zeit ist um! Dein Können und Wagen und Ehren nicht. Das ist alles, was zählt. Du wirst die Würmer nähren. Du wirst die Würmer nähren. Ragnar hätte dich gemocht. Ein gebührendes Ende nach ehrbaren Kämpfen. Nun werde ich meinen Bruder wiedersehen, der den Tod ins Auge lachte, die Geißel Englerlands. Ragnar Lothbrok. Lebe wohl, Dränger. Lausche den Hufschlägen und folge der Valkyrie nach Haus. bin so? Ragnar Lothbrok. Das war's für heute. Das war's für heute.